Hukain hat mal wieder einen weiteren neuen Kopf auf den Markt gebracht. Den gibt es auch schon ein paar Tage und ich habe den auch schon ein paar Tage zu Hause. Aber heute gucken wir uns den endlich an und zwar die Nice Ball in Form von einer Ice Ball. Zuerst mal, es gab ja den Low Load als Low Capacity Funnel von Hukain. Und dann kam der Low Lip, eine etwas größere Variante, aber mit dem selben Depot. Und das Depot ist sehr nah dran, aber meiner Meinung nach nicht perfekt gleich. Und dann kam die Nice Ball, ebenfalls ein Low Capacity Funnel, der aber actually, finde ich, exakt das gleiche Depot hat wie der Low Load. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen Nice Ball Depot und Low Load Depot ist, dass der Low Load hier noch vier kleine Airflow Schlitze in der Erhöhung vom Funnelloch hat. Die fehlen bei der Nice Ball. Abgesehen davon, der Winkel, wie das hier runter geht, die Breite, die Tiefe, finde ich, ist bei diesen zwei Köpfen. Bei der Nice Ball, die wir uns heute angucken und bei dem Low Load, den wir ja schon länger kennen und ich persönlich auch schon länger liebe, das sieht exakt gleich aus. Auf der einen Seite ist das natürlich komisch, dass Hukain so viele Köpfe rausbringt, die so nah beieinander sind. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich in letzter Zeit fast nur noch den Low Load geraucht. Und dass es jetzt nochmal einen Kopf gibt, der mir dasselbe Depot gibt, aber anders aussieht, finde ich persönlich absolut nicht scheiße. Ich finde das sogar geil. Ich war richtig hyped auf den Kopf, weil ich endlich mal wieder einen anderen Kopf auf meiner Pfeife hatte, optisch mäßig, aber trotzdem das schöne sparsame Depot von einem Low Load hatte. So, jetzt einmal zum Gewichtsvergleich. Der Low Load im Vergleich hat gewogen 239,2. Die Nice Ball wiegt 267,5, aber geht natürlich auch ein Stückchen weiter runter. Und der Low Lip hat 230, was hatte die? Ja, also der Low Lip ist actually der leichteste von denen, aber kaum Unterschied zum Low Load, aber die Nice Ball ist actually am schwersten von allen drei. Mehr Gewicht im Kopf spricht für ein trägeres Hitzeverhalten, braucht ein bisschen länger, bis er an ist, hält dafür die Hitze aber deutlich stabiler und das wollen wir eigentlich. Bringt natürlich nichts, wenn der Großteil vom Gewicht irgendwo hier unten wäre. Der Großteil vom Gewicht muss schon ungefähr beim Depot sein, damit das mit der Trägheit von der Hitze auch so funktioniert. Wie das Ganze funktioniert und ob die beiden gleich performen oder nicht, klären wir gleich noch, wenn wir ihn rauchen. Aber als erstes bauen wir mal ein Köpfchen. Okay, unser Mix wird Pinkman, Cane Mint und Bapai Dinner. Den hat der Stefan empfohlen, den testen wir heute. Dann fangen wir auch mit dem Pinkman an. Davon sollen ungefähr 60% rein, sagt der Stefan. Schritt Nummer 1 umrühren, damit sich die Molasse verteilen kann. Ansonsten habt ihr irgendwann unten so eine super feuchte Suppe. So, dann nehmen wir uns ganz locker, fluffig, ein bisschen Tabak auf die Gabel und streichen das so fluffig, wie es geht, eben in den Kopf rein. Wenn wir schon sparsame Köpfe rauchen, dann sollten wir uns auch angewöhnen, ein wenig sparsam zu bauen. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Weil gerade mit Must-Have, wenn du es drauf anlegst, kannst du es natürlich schaffen, in diesen Kopf auch easy peasy 15, 16, 17 Gramm reinzupacken. Wir wollen aber Ziel, Vollkontakt, aber relativ sparsam. So, hier hinten müssen wir noch ein bisschen komprimieren. So, das sollten ungefähr 60% sein. Wunderbar. Da sind wir jetzt bei 9,7 Gramm. Must-Have ist halt sehr feucht und sehr fein. Das bedeutet tendenziell, dass wir auf der gleichen Fläche im Depot etwas mehr Gewicht an Tabak haben. Wenn ihr jetzt mit einem Virginia-Tabak baut oder mit einem gröber, geschnittenen Tabak baut, dann werdet ihr wahrscheinlich auch weniger Tabak verbrauchen, als das bei mir jetzt der Fall ist. Ich habe praktisch das Extrembeispiel. So, dann kommt Papai Dinner rein. Auch den haben wir umgerührt. Und auch den versuchen wir locker fluffig auf die Gabel zu packen und dann ins Depot feinen zu lassen. So, noch eine kleine Gabel. Zack. Und eine kleine Ecke. Fast schon zu wenig, um dann auch... Ja gut, viel Cane Mint kriegen wir jetzt nicht rein. Aber für ein klein bisschen Frische haben wir dann auch Platz. So, den habe ich eben schon genommen. Dann müssen wir nicht mehr viel rühren. Und dann machen wir hier noch eine kleine Gabel Cane Mint rein. Und dann sind wir bei 15,8 Gramm. Und das ist natürlich nicht super low capacity. Aber wie ich letztens durch den 10 Gramm Kopf gelernt habe, ich will auch gar nicht super low capacity. Für mich ist der Sweet Spot tatsächlich irgendwo zwischen 12 und 15 Gramm. Für super sparsam. Da sind wir jetzt leicht drüber. Ihr werdet aber auch gleich sehen, das ist ein gottloses Vollkontakt mit Pur Dark Blend. Das heißt, schlimmer wird es nicht. Es wird höchstens besser. Schritt Nummer 3. Wir verteilen das Ganze. Wenn da mal so kleine Ästchen hier gucken oder so, ist kein Problem. Verteilen wir auch einfach mit da rein. Und dann gucken wir einfach, dass der Tabak nicht außen auf dem Rand liegt. Da bringt er uns nämlich nichts und auch nicht zu nah innen am Funnel Loch liegt. Weil ansonsten fliegt er beim ersten Zug einfach direkt ins Funnel Loch rein. Und dann bringt er uns auch nichts, wenn der in der Boll rumschwimmt. Rand frei machen, Funnel Loch frei machen. Das sind die zwei Steps. Und der nächste Step ist dann zu gucken, dass der ungefähr gleichmäßig liegt. Also wenn der Tabak in der einen Ecke hier viel höher ist als in der anderen Ecke, dann musst du das auch noch korrigieren, falls du beim Reinlegen von dem Tabak da schon Fehler gemacht hast. Und so sieht das Ganze wunderbar aus. Die letzte Kleinigkeit, die man noch machen kann. Einmal mit einem Zeva hier über den Rand gehen, damit da die restliche Tabak und die Molasse weg sind. Ansonsten verbrennt das eh nur elendig unter dem HMD. Und speaking of HMD, der kommt jetzt noch drauf. Und dann seht ihr schon, da ist eine sehr gute Gap. Oh, was hatten wir jetzt final? 15,5 Gramm, ja. Kann man auf jeden Fall sparsamer bauen. Aber als Extrembeispiel, was maximal reingeht, ist das, glaube ich, absolut hervorragend gerade. Boah, das war perfekt Timing, ey. Die sind so snack da drin. Und dann packen wir noch eine dritte mit drauf zum Anrauchen. Die kommt dann aber runter, sobald das Ding an ist. Neu ist der Kopf aber nicht, ne? Kopiert oder abgekauft. Aber naja. Nee, also es gibt die Werkbund Gelato Bowl. Da muss man nicht lange drüber streiten. Das war auf jeden Fall die Inspiration dafür. Also die Idee, einen Funnel zu machen, der aussieht wie eine Ice Bowl, die kommt nicht von Hukain. Da war Werkbund, soweit ich das weiß, der erste. Aber maybe auch nicht, I don't know. Aber das ist der erste Kopf mit dem Design, den ich kenne. Ich finde aber, die Nice Bowl sieht slightly different aus. Und ja, solange man jetzt kein großes Geheimnis draus macht, bin es aber auch leid, mich da rumzustreiten, muss ich sagen. Das Wichtige für mich ist aber das Depot von der Nice Bowl. Weil ich weiß gar nicht, ob es den Werkbund auch als Funnel-Variante gab. Aber auf jeden Fall gibt es ihn halt als Funnel-Variante von Hukain. Und vor allem halt in der super schönen, sparsamen Variante mit dem Low-Load-Depot. Und das ist halt einfach geil. So, erster Zug, nachdem ich mich hier fusselig labere. Läuft soweit wunderbar an. Ich glaube, wir können schon die dritte Kohle runternehmen. Durchzug ist natürlich, wie vorher erwartet, ziemlich scheiße. Ich habe aber auch ein gutes Overpack gebaut. Von daher war das abzusehen. Zweiter Zug nehme ich euch noch mit. Dafür, dass die Kohle gefühlt drei Sekunden drauf ist, wunderbar. Ich rauche das Ding ein bisschen und komme dann mit einem Fazit. So, wir haben eben ein paar schöne Runden Jackbox im Stream gespielt und haben auch zwei Köpfchen verlost. Wenn ihr auch Bock auf einen kostenlosen Kopf habt, schaut gerne mal im Stream vorbei. Machen wir häufiger. Spiele spielen. Ihr könnt Köpfe gewinnen, wenn ihr rasiert. Ich wurde wegrasiert. Deswegen gehen zwei Köpfe raus. Wir haben eine gute dreiviertel Stunde jetzt den Kopf schon geraucht und ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung. Läuft wunderbar, das Köpfchen. Es ist wirklich eins zu eins. Vom Depot her und vom Rauchverhalten her, wenn du da ein Tuch vorhängst, dann würde ich nicht den Unterschied zwischen einem Low Load und einer Nice Ball rausfinden können. Würde ich einfach nicht fühlen. Also ich glaube auch keiner. Ich würde so weit gehen und sagen, es gibt einfach keinen Unterschied zwischen dem Low Load und der Nice Ball. Für mich ist die Nice Ball einfach nur ein Skin vom Low Load. Der läuft genauso gut. Der ist genauso sparsam. Es ist wunderbar. So, und das bringt natürlich die Frage, warum soll man sich dann überhaupt eine Nice Ball holen? Und die Antwort auf diese Frage wäre, wenn du noch keinen Low Load hast, dir aber die Nice Ball besser gefällt oder wenn du gerne den Low Load rauchst, weil er schön sparsam ist, du aber keine Lust hast, nur den Low Load zu rauchen, sondern auch noch einen anderen Kopf möchtest, so wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist. Ich bin froh, dass ich den Nice Ball habe, weil ich dann irgendwie das Gefühl von Abwechslung habe, weil ich nicht nur den Low Load rauche, sondern auch mal einen anderen Kopf habe, den ich nehmen kann, der aber auch schön sparsam ist und auch wunderbar läuft. Und genau das ist die Nice Ball für mich. Ein Skin für den Low Load, der bei mir persönlich sehr willkommen kam. Ich frage dich jetzt... Ich frage dich also...